Yo, hallo mein Name ist Lavinato, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Gameplay hier im Hintergrund, ohne Intro, weil das der zweite Teil von diesem Stream ist, den ich schon mal von Human Fortlet, das ist das Rocket League Gameplay, was da dran hängt, das hat mich zusammengespielt mit Fabian, oder in-game heißt der Hodor, glaube ich, ich hoffe er heißt in dem alten auch, da heißt er glaube ich S1 Hodor oder so, yo, würde mich freuen, wenn ihr euch das anguckt, oder auch nicht, wie auch immer, wie ihr Lust und Laune habt, und dann viel Spaß beim Video. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwie ärgere, ach egal, ich werde eh nichts monetarisieren, aber ob das irgendwie mit der Musik, ich habe nämlich letztes Mal den Stream laufen lassen und einfach im Hintergrund Musik angehabt, und danach habe ich 5 oder 6 Copyright-Meldungen gehabt, aber halt, die, weiß gar nicht, betrifft meinen Kanal, oder gibt keine Probleme damit, Wird der Stream jetzt gespeichert? Wird der Stream jetzt gespeichert? Ich glaube ja. Und was machst du denn mit der Datei? Äh, die, die von Human Fall Flat erstmal runterladen, und wenn, wenn es okay ist, die hier auch hochladen, oder den kompletten Stream halt hochladen, je nachdem. Also, ich werde wahrscheinlich bei, bei dem Human Fall Flat einen Cut machen. Oh Gott. Alter, da ist der High-Elo Ranger. Äh, richtig hart gemisst. Ich habe vorhin auch sogar gut gedribbelt, gedribbelt, gedribbelt. Und alles. Ja, wiederholst habe ich. Strong D, strong D. Habe ich. Okay, Schuss. Nice, der ist dann. Junge, die Passing-Play. Alter. Alter. Der Neide. Komm, der Neide. Komm, sag, sag mal, dann in so einer Situation. Siehst du mich nicht? Also, du solltest besser nicht hochladen, wenn du jetzt sowas sagst. Nee, nee, alles gut. Tja. Okay. So, nee. Kannst du es hochladen? Ja. Und dann mussten wir aber die Stelle noch vorzuhalten. Also, ich werde mich schon mal irgendwie angucken. Ich könnte es ja auch einfach. Ja. Und dann sagst du mir die Stelle. Ey, ich kann. Aha, passt gut. Äh, wo ich Trumpflame. Äh, sind sie in den Link davon. Ja, klar. Hast du den? Ja, denke schon. Okay. Nice. Backpast, maybe? Ja, hat der Form mit? Ja, ja, ich nicht. Ist das drin? Ja, die haben einfach nichts gemacht. Ja. Die sind doch... Ich bin ein Game bei dir momentan. Ja, alles gut. Wenn wir jetzt 100 Games in Folge gewinnen und dann 1. und 2. auf dem Widerbord sind, dann ist es mir egal. Wer ist nicht da nicht oben? Ich weiß gar nicht, ob ich Montag oder Dienstag... Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Und bin halt von, ich glaub, LIA 1 auf LIA 3 hoch. Und tue es an einem... Von LIA 1 auf LIA 3 oder von LIA 1 auf LIA 3 hoch? Von LIA 1 auf LIA 3 hoch. Und das, äh... Ich glaub, an einem Tag. Ich glaub, nur WINS. Das war richtig krass. Mhm. Ja, ja. Okay. Wir haben nicht so eine gute Achtfache. Nee. Gute Pöne. Gute Pöne. Ist das Maggie? Nee. Gute Pöne auch mit Kontexten. Ja. Ja. In unserer Führung muss... Müsst du nichts draußen? Gute Pöne. Gute Pöne. Ich geh da. Gute Pöne. Gute Pöne. Uah. Alles gut. Bist du drauf oder er? Nicht. Gute Pöne. Gute Pöne. Okay, die outplayen sich selbst. Gute Pöne. Gute Pöne. Ich bin erster Pöne. Gute Pöne. Nee, ich hatte halt grad gemust. Gute Pöne. Ja, schauen. So. Da kein Wurst nicht geht. Nicht schlecht. Gute Pöne. Nase. Gute Pöne. Gute Pöne. Aus Scherze sind. Okay. Okay, vielleicht. Ist durch. ja ich habe schön boost gemisst vermutlich das einzige wo er gerade führt in auslöschung ich bin im feuer ich auch Schuss nirgendwo von ihm oder? Ich hab vorhin auch gespielt und Mate 4-4 vorne gewesen und ja, also 4-0 vorne, dann gespielt bis 4-4 war, also hat ein bisschen reingetrollt der Mate wollte schon aufgeben und ich dann so ok, dann spielen wir halt noch ein bisschen N7-4 am Ende Dann habt ihr noch geturnt, ja? Ja, nicht geturnt, aber wir haben am Anfang sowieso geführt, bloß die haben gedingst, also die waren halt so schlecht, dass ich brauch hatte, ihnen eine Chance zu lassen Ja, aber ich glaub, das verliehen wir jetzt nicht mehr, also 4 Tore wurden 30 Sekunden Nicht? 3 habe ich heute schon, 30 Sekunden, aber ne Ok Ok, gut Die waren, glaub ich, ein bisschen nett die sind physisch gespielt worden Ey, wenn die selber überfügt, ne haben die doch nicht Aber wenn nicht Ja, haben wir gar nicht aus Ne, auf die hat recht Nicht Neues Das ist die Maus-Keyboard Stimmt Yes Oh, ich muss ja Ich muss ja in den Game start, ne? Ja Ich hab gestern auch mit einem Franzosen zusammengespielt und äh Ich dann Sie hat dann irgendwie gequatscht und mit ihm gelabelt und so Äh Ich bin Partiliter, oder? Ja, gut Ähm Ist das Französisch gesprochen? Äh, teilweise Boah, Löwi, Alter Ja, man muss ja irgendwann das auch mal anwenden Ja, aber Äh, wenn Wenn ich jetzt entlassen bin Als Von der Leere Ja, hab ich kaputt gemacht So Gehst du? Jo, kann ich mal Immer wenn ich sage, gehst du Dann Sei ich bereit Im besten Fall zuverrückt Okay Kannst du schließen denn? Krieg ich nicht, ja Na schon Na ja, war es dann Ja, äh Passt dir Ich brauche Sie Ich hab ihn Ich versuche den Okay Na ja Na ja Ich bin der Blarrer Pfostenbringer Mhm Oh shit Tatsächlich Tatsächlich, ne So Ja 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 Mitliegt Ich bin mit Ich bin mit Mitliegt Ich bin mit mit Oh Gott. Kein Musstmann gehabt. Ich wollte kurz sagen, sonst geht er sogar da durch rein. Ich hab noch einen Platz bekommen, oder? Alter, das war... Hätte ich brauen können. Ja, ich hab... Ich hab dich halt... Oh, sorry. Oh, shit. Oh, shit. Close one. Oh, shit. Okay, der ist leer. Ja, ich aktiviere manchmal Caps, wenn ich wieder. Ich auch, ich kenne das. Oh shit, da hätte ich fahren sollen. Ok. Nochmal Schuss. Wieso war das nicht geklaut? Schön. Ja. Gibt das wieder was? Fuck los. Wird ich beide los? Na ja. Da, was hast du mit? Ja, ich bleib drin. Klar. Keiner aus Gold. Soll ich mal hüpfen? Auch nur vielleicht, ja? Ja. Ja. Na ja, mit solchen... Backboard-Torn-Strain... Ich aber auch gerne. Aber eher am eigenen Tor. Ja. Ja, ein bisschen von Bayern. Ja, schon wieder. Uh. Oh shit. Ja, aber ein bisschen verspannter. Ja, ja. Ja, du bist noch mal. Nein. Gehen, nächst du gut. Ich bin erster vor, als wenn du den gleich hinbekommst. Machst du den? Oh Leute. Ich hab gar nicht gedacht, dass der aufs Tor geht. Geh. Kannst du dann fessen. Nee. Ich hab einen Tor hatte. Versuche den Krieg zu spüren. Kannst du dann fassen. Oh shit. Nice. Der kommt gut. Uff. Ich bin destroyed. He's dead. Komm mal auf den. so schluss schluss ich wollte hier reinlupfen versuch den irgendwie in der seite zu spielen Ok. Dann soll ich mal 1, 2, 1, 2, 2 Minuten hier. Ist das gut? Ja. Schön. Oh, doch nicht. Doch nicht schön. Hast du den? Oh, schau. Nein. Das ist ja unglaublich. So, den hatte ich vorhin aber auch. Na, ein gutes Fässer. Nice. Schnell ins Unmitte. Scheiße. Doch. Passt. Gut. Ich wusste nicht wie viel Boost du hast. Nein. Ja. Was denn? Ui. Wie du hochsteigst. Komisch. Nice. Das spürt schon ein bisschen länger maus und passt da vor. Ja. Ja. Wirklich. Nee, ich glaub nicht. Ach ja. Alles gut. Nice, nice. Oh, ich muss ja starten. Ja, stimmt. Guck mal, jetzt hast du schon, ich weiß gar nicht, ob du jetzt in beiden Games einen Punkt mehr wieder hast, kommst du ran. Ist am Ende. Ja. Der Grufführer hat das Spielzeug verlassen. Ja, völlig. Netzwerk übergreifendes Spiel ist für einige Spieler auf diesem Server nicht erlaubt. Ach so. Ach so, hab ich das vielleicht nicht an? Äh, warte mal, wo ist das? Gameplay, Netzwerk übergreifendes Spiel, ja jetzt kannst du starren. Ich hab das, äh, versehentlich an. Oh, Gott. Jetzt bin ich bestimmt so weit oben. Okay. Ach so. Ach so. Nein, nein. Nein, nein. Mein letztes Mal eigentlich gespielt. Dam, dam, da, dam. Ah, ich wollte dich vielleicht weiterhören. Genau in dem Moment als mein Finger... Ich... ...auf der Endeffahrt so war. Oh. Okay. Ich hab's ja theoretisch auf Band. Auf Band. Stimmt. Tja. Let's win another one. Okay. Okay, okay, we can do it. Oh, shit. Oh, shit. Ja, ich weiß nicht. Ich bin so irgendwie... ...müssen... Loll. Der ist weggeglitscht. Allergier aus dem Weg vielleicht, ne? Ach, übrigens. Was war die Grenze, die ihr überschreiten wolltet beim, äh, Torschuss? Von, von der KMH-Anzahl? Ja. Du wolltest 240 Tore machen? Aha. Was ist ab? Du? Ich hab nämlich letztes nur 160er gemacht. Na, Torschuss? Äh, ich hab nämlich letztes nur 161er Tore gemacht. War mir nicht mehr sicher, wie viel ihr hattet. Hm. Und... ...lust. Na, hab ich nicht. Hab ich nicht mehr. Hab ich nicht mehr. Da allein hab ich nicht mehr. Probust. Ich auch. Okay. Nice. Ah, okay. Hier. Ja. Ja. Ja, ist das keiner? Ja, nicht schlimm. Ja, nicht schlimm. Und da ist, in der ist, was? Ja. 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 Okay. Äh. Ja. Da ist ja Oh shit Ich muss noch nicht dran, sind noch nicht hier Oh mein Gott Ich hab ja provoziert Das soll irgendwie Karma für den Attempt dich zu zerstören Tja, war echt komisch der Shit irgendwie Ja Dann Steht nicht Heißt Machst du Na Er kommt nicht da Treasure Oh Gott War es ein Forced Error? Oh ja Ich weiß Ich weiß noch was ich machen kann, hat er auch Kombi? Ja ich weiß Ich auch Oh shit Okay Hier ist es Oh shit Und dann Ich habe nichts dazu. Na, ich habe nichts dazu. See? Ja. Ich habe es hier. Ja, ein paar. Ich bin jetzt nicht verursacht. Was ist denn bei der Sprung wie schnell bist? Ich habe keine Ruhe. Ja, das mache ich nicht. Oh, warte. ja schade ja es hat gebackt ja ich dachte erst bleibe uns vor, also links du nochmal ich bin hinten beim boost Ich war da rauf. Ah, ich war da. Ja, kannst du hierher, kannst du mit dem Tor. Okay, wir gehen. Nice. Nice, nice. Du, 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 du. Zählen, vorfällst du zum Start. Nice. Oh Gott. Das ist ein wirkliches Team. Das ist ein wirkliches Team. Oh Gott. Das ist ein deutsches Team. Oh, drei. Bleib drin, bleib. Slowly. Läuft. 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 Es libt, es libt, es libt. Ich hab, hä? Ich hab einen neuen Gegenstand in meinem Inventar gelaufen. Von wem? Achso. Von Human Fall Flat wahrscheinlich. Oh shit. So. Ich hab eine. Ich hab's nicht mehr, ich hab's nicht mehr. Aber der, 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 der schuss. Oh mein Gott, als ob er herankam, als ob er herankam, als ob er herankam, oh Gott, ich habe ihn komplett gemisst. Ich gehe? Jo, ich gehe rechts hin. Ist das nicht, ist das nicht? Ja, ist das nicht. Ja, ist das nicht. Okay. Oh Gott, mit dem Darm. Entmütig. Ja, das hört mich einfach so gar nicht, wenn er irgendjemand was schreibt, die GFF. Ich wusste nicht, aber unterbewusst schon so ein bisschen. Noch nicht schon so ein bisschen feistig. Da kommt sogar nach vorne. Oh shit. Ja, genau. Du? Nein? Ja, ich habe ihn gehört. Okay. Schlussworten? Geht nicht. Ich weiß. Mein Pest. Du hast ihn ja in der Situation bei uns lassen. Ja. Du hast ihn ja in der Situation bei uns lassen. Aber was gibt's davon? Ja. Du hast mir die Vortrag keine Wurst. Ja. Ich bin fast. Ja. Na gut. Ich bin fast. Ich bin fast. Ja. Ja. Ich bin fast. Ja. Ja. Ich bin fast. Konntest du es machen? Nein. Also ich hätte es gleich in die festen Hauern sollen. Hier oben ist der unten. Hup! Das zieht jetzt so etwas besser. Der wiegen des heutigen. Das passt natürlich genau in die Richtung. Na, wenn du schon so weit vorfährst. Geht nicht. Das freut mich. Genau. Hast du noch, hast du noch, hast du. Nice. Da hat er jetzt auch. Alles wird gelassen werden. Stimmt. Oh, Kloß. Ja, mal drücken das rein. Uff. Kloß. Kloß. Und beide loben. Nochmal du. Kloß. 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 Ja, ja. Naja, ne Moment. Ich fach ja mein Game aus. Ich fach her. Yes, ich die rechts. Ja, okay. Ich schieß mir einfach. Scheiße, du hast verpackt. Ja, ich hab... Die beiden sind sich irgendwie noch nicht ganz einig, was sie machen wollen, wa? Ja, ich kenne da so eine Bälle an der Wand sind irgendwie blöd. Ne, die sind auch gerade beim Kick-Off gegeneinander gefahren. Ach so? Ja. Ich will ja nicht aufbrennen. Also direkt. Nicht festziehen. Aber den machst du. Hell yeah. Nice. Hell wieder. Nice. Ja, ist gut. Torwart getroffen. Ich treffe die gar nicht vorne, so wie man die mit viel Kraft und viel Power möglichst ins Tor jagen kann, sondern ich treffe die Dinger tatsächlich eigentlich richtig scheiße oben, aber überspielt dadurch meistens den Torwart. Oh, ich habe keinen Durchsatz. Ja, ich habe keine Verbrechen. Ja, ich meine... Nein, ich habe keinen Durchsatz. Es ist auch kein Schmerz. Ich habe keinen Durchsatz, wo ich treffe. Ich habe keinen Durchsatz. ich mache dann macht er nicht ich hab es gesehen und ich fahre um dir es sogar machen können Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Den Ding-Boost. Er ist hier hier. Rollst du den Pool? Nice. Nein. Ja. Er hat noch getoucht. Als er da versucht, da ranzukommen. Du siehst du es nicht. Geh recht. Okay. Den verknüpft ich natürlich. Aha. Ist das gut? Gut. Da haben wir da. Du es lassen, du es lassen. Scheiße. Naja, ist das gut, du hast gut. Los. Scheiße. Der hätte es sogar reinmachen können, oh Gott. Fixiert und dann noch. Oh, ich finde den Buch. Also sowieso ist das halt immer wieder hoch. So, gut. Gut, 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 gut. Ah, ist ganz schön viel Zeit passen. Ja, weil ich dann das Torwart, dann bleibst du mich im Fußball zumindest immer lange stehen und du hast dann gute Chancen, den Spieler irgendwie zu kriegen. Oh, weg, das Ding. Ah, ich weiß, ich glaube auch, um mal zu lange zu gehen. Um mal zu lange. Ich habe natürlich kein Boost. Okay, gut. Jetzt wieder. Gehen wir mal die Zelle, sicher. Ich schau. Scheiße. Ja, die war besser. Ich denke, hat den getauscht, vorsichtig, da direkt an der E-Mail ist zu. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich habe in dem Moment gedreht. Guck mal, ich bin da nicht hoch. Dann schneide ich wieder scheiße. Ja, Sammy, hallo. Ja, ich weiß nicht, was du gewartet hast. Vielleicht auch nicht so. Ich bin nicht noch nicht so. Ich bin nicht noch nicht so. Dann haben wir eine Böse-Engine für uns. Ja, das war so obvious. Ja, das verstehe ich immer nicht. Ich werde bei so einem Wellenden... Ich habe... Ich habe... Oh... 1 gegen 1 ich habe keine Lust haben sie GG gestiegen? ja ich bin Cem ja, brauche ich auch noch ein, zwei ja naja, dann let's get it achso, ich muss ja muscle memory, alter ja ich habe das ganze mal auf Video festgehalten, wie ich Jam gewonnen werde na das wollte ich eigentlich für andere Dinge immer machen, oder habe mir das Upgrade gegeben lass uns das nächste noch drin, dann können wir Spree spielen das können wir machen, dann können wir da Jam werden das geht ich glaube ich bin da Liga 4 ich wollte gerade sagen, da bin ich glaube ich jetzt mittlerweile unter dir weil ich vorhin gespielt habe super in den letzten Tagen ziemlich scheiße ich habe oh, du alleine du da kommst da 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 nice so gut start gut start was fährst du eigentlich für ein Auto? was? ich äh weiß ich gar nicht Centurio doch, Centurio V irgendwas glaube ich oder so ich glaube V 87 Tja, sind die ja alle vielleicht 1-1 Noob Goals in NUM Goals so heiß jo lol ja ja gut mach mal ich wollte schon haben 2 Sekunden haben einen ja ich habe schon einen Boost bei gerade ich habe gemisst ist gar nichts optimal aber egal so okay 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 die na Es ist so klar gewesen, dass er dafür geht. Wenn die Blut in den Augen haben, das Bein mal ein Faschen bekommen, forsen die hart. Lass dann Faschen. Beim Booster. Das war stark. Wirklich gut. Was habe ich eigentlich für einen Ping? 26er, okay. Ich bin nur in die Ecke gesetzt. Ah Gott. Backlash, backlash. Noch nicht mehr genug. Das ist ja ein Booster. Ne. Ich muss einfach low halten. Und schiffen gehen. Ah gut. Ah, ich sollte nicht nachkriegen. Schuss, schuss, schuss. Gut. Einfach low halten. Einfach low halten. Nicht in die Mitte. Nicht in die Mitte. Nicht in die Mitte. Okay. Wir sind beide, glaube ich, low. Oh mein Gott, ich habe einen ausgenommen. Oh mein Gott, den zweiten. Heißt du, das ist ja voll. Nein, bescheide. Nice. Ich bin rechts in dir. Ich kann die Hände mal wieder an den Ball bekommen. Also in die Mitte Sprott. Hier ist es ein wiederer Sprott. In die Mitte, Mitte. Oh shit. Come on. Na, kommt der nicht hinterher? Ich muss den. Ich muss den. Könnte es noch werden. So, der. Ja. Und dann... Okay... Arsch... Oh mein Gott, was mach ich schon vor... Nice Hm... Mh... Vorsicht, privat... Beide Logos... Na gut, eher nicht... Scheiße... Ja... Okay... Naja... Muss man noch zwei gewinnen... Ja... Ich... 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 Ich folge... Okay... Gott... Ich bin fast... Hm... Also... Ja... Suchen wir schon mal... Ich fütter in der Zeit den Kater... Hm... Ja... Ich schalte... 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 Und... Ich schalte... Ich schalte... gekommen... Vor... Te refused... Ich schalte... Sie können... Ich schalte... Aber... Ich schalte... Ich schalte... Und millones... Ich schalte... Ich schalte... Auf... Vielen Dank. 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 Ich fahre ganz mal hin. Nein, ich fahre. No, 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 ich fahre. Ich fahre. No, ich fahre. Oh, ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. No, ich fahre. 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 Ich muss schon da der Ball Deshalb versuche ich die in letzter Zeit immer so runterzunehmen Und das zweite Heftal, denke ich, wäre gut gespielt Aber eher sowas greifen Hier war das 8 Schüsse, Alter Als ob 5 gewonnen und 2 verloren Störe ich Du hast Schluss, maybe? Ist es Naja, und der hat die Karte glaube ich vermisst Nö Noch hat er Naja gut, 24 hätte er eigentlich was gut machen können Aber start Vorsicht, der geht rein, der geht rein Kacke Na, sorry Ich muss den so Nö 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 der gemacht hat eigentlich habe ich vier Schüsse passiert Oh Gott, ich muss nicht mehr draus machen können. Ne, man ist gerade. Was ist das, das ist ein Faces alter? Pss, das ist ganz komisch. Oh mein Gott, das ist ja oben. Ups, ich hätte ja gleich schießen können. Hätte auch schön ausgesehen, aber egal. Daran denk ich immer nichts Kornes oben ist. Ne, ich mach das ja mehr. Das sind bestimmt schon mehr. Oh, gleich von festen. Ja, geht nicht. Ne, ich weiß nicht, ob ich auch das bitte. Das ist ja. Ganz schön. Alles klar. ich hab kein boost oh come on ich war schon wieder wenn der reingehen würde und ich müsste lange wir gewinnen am ende die felsen fest oh mein gott Crazy. Pusch, 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 pusch. No! Was war das hier? Geht der? Nein. Oh mein Gott! Als ob er den wieder misst. Ich mach dir nichts. Das ist ridiculous. Ja. Oh shit. Gut. Ich auch. Ich hab den geschehen. Ja. Jetzt hab die einfach nicht verstört werden. Danke. Das hilft mir noch? Ja. Nice. Oh Gott. Oh Gott. Bit low. Schade. Das ist durchzuführen. Nice. Eins. Mehr zwei. Also eins von den Siegen habe ich jetzt gezählt. Ja. Du musst suchen. Ja, diesmal hab ich, äh, diesmal hab ich, äh, bereit. Er hatte doch in der ersten zwei Minuten acht Pusse, ne? Und dann nur noch neun. Tja. Ne, er hatte vier Schlüssel ganz früh. Jede vier, ja, ich achte da nicht so drauf. Hier wieder hoch. Oh, ich prüff noch hier drin kurz. Bis durch. Hier gleich rechts rechts. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Aber mach den selbst rein. Ist er oben? Ja. Was ist denn da passiert? Weiß ich nicht. Wenn die den selbst reinmachen? Ich glaube ja. Der ist zwischen den beiden durch irgendwie noch. Also einer hat ihn zurückgeschossen. Der eine hat ihn mit dem Heck noch gerührt. Ich hab ihn leicht gekriegt. Ich geh für den Boost, ja. Ich hab ihn jetzt vergessen. Oh shit. Gut gemacht. Kannst du, kannst du, kannst du. Nee, schwer. Jetzt aber. Ist er oben? Ich hab auch keinen Boost gehabt, natürlich. Ich hab auch keinen Boost gehabt, natürlich. Junge, der eine stößt mich. Komplett durch. Holy. Alter, war der... Oh shit. Der geht genau aufs Tor. Äh, der hat doch reingeschased. Ja, ich weiß. Ja, war ich jetzt vor. Ich weiß nicht. Ey, ich glaub ich nicht. Ich bin jetzt so reingeschased. Ich freue mich. Er wird's auch wieder angry. Er ist echt auch wieder angry. Er wird dann mal für die Scheiße. Er hat mich bis in unsere Hälfte zurückgezogen. Aber ich mache den einfach. Oh shit. ist jetzt schon schlafen ja unser letztes ich muss ja ich bin auf einer er hat fast als vor dem gehabt wenn man da ist, bei den Kippen na, die sich noch nicht viel vorstum wir machen da ist, da ist da ist da ist Vielen Dank. Nein, der reingeht, der geht rein. Nein! Alter. Wir sind da wirklich in dem Moment angekommen, deshalb... Nice. Unterhin ist drin. Oh, ich bin closed. Ich hätte jetzt die Hand drin. Ich fake mal, okay? Okay. Okay. Aber immer wenn ich das mache und es geht wieder, voll liegen, aber ich bin genau nicht hinterher. Mit der ersten Post. Kann nichts davon. Aber bitte. Okay. Let's end with a wind. We can do that. Oh, yeah. Okay. Oh, der will aber sie nicht wissen. Oh, Gott. Der andere will nicht die ganze Zeit tranken. Schluss? Schluss, maybe? Richtig. Also, okay. Also, im Moment. Ich habe keine Wurst. Ha, geht auch nicht. Jetzt kommt es mitweißig. Vollversicht. Wie das war. Oh, kacke. Nur von lang. Dann kann er nicht viel machen. Kurzen hätte ich gehabt, lang, aber nicht. Bisschen warten können. Da hat er ein Schuss. Ist das? Nice. Ich gehe hinten raus. Hier ist das schon. Ja. Sorry. Na, ich dachte, wir warten schon mal rein. Oh, schuldigung. Einfach nur ein bisschen aufzett. Und, ich gehe nicht vor. Ich gehe nicht. Na, ich gehe nicht. Na, ich gehe nicht. tellinge ich dazu. Da ist anders. Na, ich gehe nicht runter. Oh bitte nicht, oh bitte nicht, oh bitte nicht, oh man, oh man, oh man, okay, hast du das erst zu gehen, versuche in die Seite, links, links, ja, bitte nicht, oh bitte nicht, keine dumme Kontext machen, okay, ich warte diesmal, actually, ich warte nicht diesmal, ich nassen, Kontext, nicht, oh alles drehe hat mich das Wort, nice, Yes! Damn! Das Game war schrecklich, Alter. Das Game war richtig schrecklich. Naja. Ich bin doch Champ gekommen. Nice. Hey, du bist... Aha, du hast 1.197. Man braucht 1.193, ne? Weiß ich nicht. Ich kenne die Border hier nicht. Weil ich habe mir das in einem Buch abgeschrieben. Das ändert sich. Glaub ich. Ne, 93 brauchen wir. Aha. Gut. Dann haben wir es doch noch geschafft. Schön. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Du bist ein Centum. Ganz wies. Kannst du machen. Nein, nein, nein. Wenn... Wenn er und ich das nicht macht. Wenn er sich dann am Ende wundert. Und ein bisschen Champ bekommen, sobald wir ein Game haben. Tja. Das ist ein bisschen besser. Alles klar. Jo. Okay. War sehr schön. Jo. Und jetzt insgesamt... Neun Spiele... Ne... Neun Spiele gespielt. Und sieben geworden. Kann sein. Ich glaube ja. Naja. Es ist eine gute Bilanz. Und drauf aufbauen. Einfach. Jo. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke. Und dir auch. Und äh... Bis wann immer wir uns mal wieder hören. Jo. Bis denn. Ciao. Tschö. Jo. Danke. Weiß nicht. Sieht überhaupt jemand zu? Ich glaube es sieht wahrscheinlich niemand zu. Aber ich weiß es nicht. Und äh... Deshalb gucke ich jetzt mal auf meinen Kanal. Meinen Kanal. Und dann Livestream. Ich habe einen Livestream noch. Ja. Jetzt live. Sieht anscheinend wirklich keiner zu. Das heißt. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Und äh... Dann mit Susan. Und... Cheerio.